Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Getty New Horizon. Ja, man hört schon den Kompressor arbeiten. Ich habe mir ein bisschen Bienenwachs genommen, das schmeißen wir uns mal rein. Werden wir es dann auch gleich mitnehmen, denn wir wollen uns einen lustigen Rucksack bauen. Ich muss nur auf jeden Fall noch zwei Tanks mitnehmen. Das darf ich nicht vergessen, sonst habe ich ein Problem. Aber alles andere dürfte absolut kein Problem werden. So, ich habe mal mir den Stall umgebaut. Hallo Feder. Kili-kili. Genau. Ich habe die einfach jetzt mal hier eingesperrt. Und auch ein paar hier eingesperrt. Und sonst jetzt dann mal hier die Kühe sozusagen aufgeteilt. Ich habe hier die reinsten Hupftohlen. Ist halt dann dafür da, dass man halt auch besser züchten kann. Und ich merke gerade, bis auf... Ja doch, der Esel soll noch nicht abhauen. Ja, aber das Ding wird jetzt auf jeden Fall auch nochmal um einen breiter. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stallungen. Und auf der Seite haben wir dann, ich glaube, eins, zwei, drei, vier, äh... Fünf? Fünf müsste man haben. Oder wir lassen so und machen den sogar ein kleiner. Ich, ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Dass ich das vielleicht auch so mache, dass wir den anschließen. Weil dann kommt dann nämlich der Schweinestall, kommt dann drüben hin. Oder, nee, der kommt auch hier hin. Äh, wann habe ich hier mein, mein, mein Frischfleisch. Und die Eier und die... Äh, das andere Gedöns kommt dann drüben hin. Und der Pferdestall. Ja, der Hühnerstall ist ja, ähm, viel kleiner. Genau, so. Da haben wir jetzt nichts gemacht mehr. Wir, äh, wandern nach oben. Und wir nehmen uns ein bisschen Wachs mit. So. Bevor ich jetzt aber nach hinten wandere, wandere ich an die Seite und schmeiße mal schnell die Eier in den Kühlschrank. Das da, dass man aufgeräumt ist. So, dann habe ich hier einen. Und ich habe hier einen. Dann habe ich hier meine zwei Tanks. Jetzt muss ich natürlich noch, äh, hoffen und Däumchen drücken. Ich brauche, ah, die Forming Press, die müsste ich schon haben. Die haben wir doch schon, ne? Da oben drücken. Äh, ich muss nur herausfinden, wo ich die Leder-Sachen hingeschmissen habe. Dass ich sie gemacht habe, weiß ich. Da sind sie. Hallo. So, Forming Press habe ich auch. Das bin ich mir auch ziemlich sicher. Die ist jetzt dann hier. Das heißt, du kommst da rein. Du kommst weg und du kommst da rein. Und zwar, und vor allem, Greg, das hast du total super gemacht. Du bist das Beste vom Besten. Ich war gerade hier oben und habe die Eier in den Kühlschrank geschmissen. Aber, dass ich noch was mitnehme, was ich jetzt gleich brauchen werde, das habe ich nicht gemacht. So, wir müssen nämlich hier rein. Und ich brauche hier davon acht Stück. Das wird nämlich jetzt dann auch schön lustig. Ich hoffe, dass das alles klappt. Wobei habe ich so viel Sack jetzt momentan übrig, dass ich das überhaupt machen kann. Ich glaube nicht. Ja, aber dann haben wir wenigstens schon mal den Rucksack. Und wenn ich dann irgendwann das Tor umziehen lassen will, an die finale Position, dann funktioniert das auch. So, wir haben jetzt Hard and Leather. So, endlich. So, die Federn auch noch weg. Dann habe ich einen Tank. Dann brauche ich noch eine Aluminiumplatte, wenn ich das jetzt gerade noch richtig im Kopf habe. Wir brauchen noch eine Iron-Test. Das heißt, ich brauche noch sechs Eisenplatten. Hier schaut es aus wie im Krieg. Ich muss unbedingt, unbedingt aufräumen. Ich bin ja schon mal am überlegen, wie ich das dann mache, weil ich möchte auch teilweise ein paar Kisten dann im Lager haben. Vielleicht räume ich die dann da vorne hin. Mal schauen. So, und zwar schauen wir mal, ob wir jetzt eigentlich schon so weit alles haben. Ja, bis auf die Iron-Test. So, aber das heißt, wir brauchen jetzt dann hier noch eine Kiste. Da kommst du da rein, du kommst da rein. Dann kriegen wir die Kiste. Kein Item-Output, dann brauche ich nicht extra jetzt raus und wieder rein. Danke. Und du gehst aber nicht im... Dann hätte ich jetzt gesagt, wir haben unseren Rucksack. Hurra! So, und jetzt nehmen wir den Rucksack und schmeißen gleich ein bisschen Fleisch rum. Und jetzt haben wir ein Adventures Backpack. Das Schweinchen. Ja, oink oink. Ja, auch gleich die Quest abgeschlossen. Da haben wir es mal auch auf jeden Fall mal. Pa, 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 pa. Getting around. Nein. Genau, der hier. Da gibt es nämlich noch einen. Walkthrough Fire. Ja. Na, also hier steht jetzt The Pigman Rucksack. Ähm. Macht den Neter Eps. Bzz, bzz. Bzz. Äh. Ich sag mal, ähm. Träglicher. Keine Ahnung. Bzz, bzz. Kennt ihr nicht? With Fire Resistance. Also. Mit Feuerresistenz. You have to fixture out a way to get struck by lightning while wearing a big backpack to get it. Also, man weiß ja, ne, wenn ein Schwein getroffen wird vom Blitz, dann wird es zu einem Zombie Pigman. Und das wollen wir ja sozusagen auch erreichen. Da habe ich ja auch gesagt, es wird noch wichtig, dass wir den, ähm, das Twilight Tor noch versetzen müssen. Denn genau richtig, das Twilight Tor erzeugt was, wenn man es erzeugt? Richtig, einen Blitz. Steht man also daneben, hat einen, hat uns der Blitz getroffen. Und dann hat man eine Feuerresistenz. Und dann ist das viel angenehmer. Das heißt, ähm, für mich sind, das Einzige, was ich jetzt dann halt noch nervig finde, ist dieses Oink. Aber damit kann man leben. So, aber als erstes, alle, äh, wir claimen mal, bitteschön, das, dann claimen wir mal, bitteschön, das, äh, haben wir hier schon mal Futter drin. Also, das heißt, ich habe jetzt auch mal ein bisschen was dabei. Das geht auch mit weg. Oh, Grow Beef haben wir mit drin. Komm's da hin. Das brauche ich nicht so häufig, das brauche ich nicht so häufig. Äh, das sollte ich mit rübernehmen. Das, da kann ich zum aufräumen. Ah, okay. Äh, müsste ich jetzt nicht, für was ich es brauche. Carpenter, das haben wir, Desta, Grober, Alomat auf jeden Fall. Auch die zwei. Auf einer geht momentan nicht. So, du kommst da hin, dann haben wir hier noch den, Crowbar, den Hammer und die Säge. Nehmen wir den Eimer. Dann haben wir hier Alomite. Dann die Scaffolds. Ähm, Hang Glider können wir momentan auch da mal mit reinpacken. Den Schlüssel. dann haben wir noch den Ohrfinder, den packen wir noch hier mit rein, beziehungsweise, nein, das machen wir genau andersrum. Da kommt es da rein. Da kommt es da rein. Den Carpenter, das Hammer brauche ich dann, naja doch, den brauche ich nicht so häufig. Metoc eigentlich auch nicht, die Schere auch nicht, Desta kommt da hin. Ähm, ja, ich hätte mal gesagt, das lassen wir jetzt erst mal so. Ja, ist ja für mich sozusagen nur ein Knopfunterschied. Ah, dann packt man dich jetzt da noch mit rein. Die gehen nicht rein, gehen die eventuell auch hier rein. Nein, also ich kann keinen Rucksack in den Rucksack packen. Das geht nicht. So, und dann haben wir noch Elevator. Dann sind wir da auch mal ein bisschen zufrieden und glücklich. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt mal von oben nach unten durch. Wir haben den Bestes Battery Knife. Das claimen wir. Dann haben wir die Schere. Damasko-Stahl macht momentan am meisten Sinn, dass ich den Ranch nehme. Den brauche ich am meisten. Iron Chest Upgrades, zwei Stück. Ist auch super. Dann haben wir hier den XP Bucket. Und dann haben wir noch die Crowbar. Jetzt muss ich auch dran denken, dass ich jetzt die andere Taste habe. So, der Ranch kommt erst mal hier hin. Der Schraubendreher fehlt mir jetzt dann noch. Und der Wirecutter. Die müssen wir jetzt dann alle peu a peu holen. So, Spawn Zombies, Spawn Creeper. Die kommen erst mal hier rein. Da haben wir wieder was zum Futtern. Bottle of XP halt. Falsche Taste wieder. Das gibt es nicht. Das kann man auch nicht scannen. Das kann man auch nicht scannen. Also, das Buch kommt weg. Das da kommt weg. Wir haben mehr Fleisch. Da hinten haben wir noch Coca-Cola. Dann klemmen wir das. Dann gehen wir schon mal nach hinten ins Lager. Das räumen wir mal weg. Ich dürfte das noch oben haben. Oh, jetzt weiß ich wieder, was ich noch umgebaut habe. Ja, fast nix. Wenn der schon so einfängt. Okay. dann haben wir noch ein bisschen Leder. Und dann haben wir noch die ganzen Coins. Ja, denn ich habe für mich, das habe ich aber auch schon, glaube ich, am Anfang gesagt, wo ich das gemacht habe, dass das eine Findung ist, sozusagen, die sich immer wieder ändern kann. und für mich hat sie sich geändert. Denn ich fand es weder schön noch funktionabel. Also, als allererstes die Schmelze ist schon mal kleiner geworden. Denn ich habe es jetzt auch in diesen Bereich hier eingefasst. finde ich viel angenehmer. So, und jetzt sieht man ja, normalerweise wäre es nach unten gegangen. Dann geht es jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt sozusagen diese Öfen alle auf eine Ebene. Habe hier auch sozusagen Eingang geschaffen. bin da hinten hin und habe da hinten mein Maserator nach oben verfrachtet. Mehr eigentlich nicht. Habe hier noch einen Aufzug mit drin. Ach, genau. Und jetzt habe ich halt, genau, jetzt muss ich nämlich in meinen Rucksack rein und Schiff drücken. Sonst habe ich kein Bett mehr. aber ich habe einen Slot frei. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Genau, also wie gesagt, habe das einfach begradigt. Ich weiß es jetzt noch nicht genau. Entweder ich mache hier einen Double, also einen Doppel Maserator hin, wie ich es am Anfang vorhatte und lasse die Erz-Oberverarbeitung oben erfolgen. Kann aber dann irgendwann, wenn ich hier auch Ender-IO habe, hingehen und sagen, okay, pack mir mal bitte die Sachen nicht hier hin, sondern drehe den einfach sozusagen auf die Seite und gehe dann nach unten und mache dann unten die Chest hin, wo ich es auswerfe und schon wird es für mich einfacher. Oder ich mache oben eine Kiste hin und lasse die dann nach unten abtransportieren. Das können wir machen, wie wir wollen. Also, so hätte ich gesagt, bin ich sowieso meistens oben, dann muss ich nicht erst runterrennen, sondern gehe dann nach hinten, schmeiße meine Erze rein. Dann werde ich vielleicht die Erze sozusagen von oben nach, von unten nach oben verfrachten, vor allem die Haupt-RC und die verarbeiteten RC dann unten lassen. Aber, das ist wieder so passiert im Flow. Dann hätte ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Zauberstab hingeschmissen habe. Das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt. Das wäre nicht schlecht, wenn ich den noch irgendwie mal finden geht. Wir räumen aber mal schnell ein paar Sachen weg, dann finde ich ihn vielleicht. So, Wand. Ah, man drückt die T-Taste, dann findet man ganz schnell. Ja, da hätte ich in 100 Jahren nicht nachgeguckt, ganz ehrlich. Okay, dann kommst du nämlich jetzt dann hier rein und die zwei Scharts kommen noch nach vorne. So, und des weiteren, ja, Drag war mal wieder fleißig und zwar richtig fleißig, ähm, denn er hat es hingegangen, Ad, nein, nicht Ad, Aspekt, Doppelpunkt, man hat sich mal die ganzen Aspekte gesucht, äh, ist anstrengend, ist wirklich anstrengend, vor allem, wenn man dann, wenn man, äh, ich glaube, Fabrik, äh, Fabrizio hat, wird's einfacher, weil dann kann man anfangen, fast alles zu scannen, aber, es ist halt, es ist halt, äh, äh, langwierig, ich hab, ja, dauert halt leider ewig, ne, wie zum Beispiel, Limus ist in Treetab drin, im Slimeball, im Circuitboard, in der Toolforge, in Plantlands, im Large Wooden Floyd Pipe, so als, als, als grobe, als grobe, äh, Übersicht, kann man eigentlich sagen, ähm, das Wichtigste ist für einen die, die Watering Can, weil Watering Can ist live, und zwar fast, oder, ist das nur live? Ja, genau, live, Herba und, ähm, Zensus, richtig, und, oh, nee, Herba, nicht, habe ich doch Herba gesagt, ja, also, oh, ein Ei auch, hab ich, hab ich ein Ei noch nicht gescannt? Wieso zeigst du mir das nicht an? Ist egal. Ja, also, was ist eins der wichtigeren? Potenzia ist die Kohle, das kriegt man ziemlich schnell, ähm, ähm, dann muss ich noch gucken, dann, ähm, was auch noch sehr, äh, sehr wichtig ist, ist dann, ähm, wo bist du, das ist Lesen, Lesen bringt uns nicht weiter, ähm, ähm, Spiritus, genau, genau, da können wir dann die Blöcke sauber machen mit dem Spiritus, äh, ist dann der Soul Send, der ist auch wichtig, und dann, äh, macht man nämlich einen ganzen Batzen, dann kommt man ans Papier ran, das ist dann, ähm, ähm, äh, Cognito, also, Gedächtnis, äh, Rotten Flash ist noch wichtig, mit Humanus und Korpus, dann Weed, Flint, Obsidian, und wenn man die dann alle hat, dann, äh, kommt man eigentlich, äh, so richtig schön in, 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 in alles rein, äh, Buttons, glaube ich, ist, oder, oder Flint, Flint ist es, glaube ich sogar, da ist dann Instrumentum drin, äh, und dann, scannt einfach alles nacheinander durch, dann hat man eigentlich meistens seine, seine, äh, wichtigsten, ähm, Aspekte. So, äh, Twilight Forest ist, äh, Tempus, Luxus ist Lead, diese ganzen schönen Shards, äh, haben eigentlich alle Infernus, oder auch Nesseract, oder das, äh, Neterportal, Gula ist, äh, äh, der Glattery Shard, einfach was essen im Neter, dann fällt er schon irgendwann raus, NVIDIA ist auch der, der Envy Shard, mehr habe ich auch noch nicht gefunden, ähm, dann, Dessidia ist Sped, und, ähm, ihrer, ja, äh, Charge oder Gast hier, so habe ich ihn auch gekriegt, wie gesagt, ein paar, ein paar Sachen habe ich noch gar nicht, genau, Alumite ist noch, äh, vielleicht ganz interessant für Strontio, ja, und wie gesagt, sonst einfach mal ein bisschen immer wieder was durchscannen, Ember, zum Beispiel das, genau, so, aber für mich wichtig, wir haben den hier, und was ich total, äh, interessant finde, ich habe immer früher richtig viele Bücher reingebaut, also es, es kommt noch, es kommen auf jeden Fall noch eine hier hin, ähm, und es kommen ja die, ich habe ja dann diese Charts, und da kann ich ja, äh, Kristalle draus machen, und die kommen auf jeden Fall auch noch drüber, ja, also auf jeden Fall drei hier, drei da, und dann gibt es noch diese, diese kombinierten, die kommen dann links und rechts hin, mhm, genau, so, und, äh, wenn man halt ein bisschen was eingescannt hat, also wir sind jetzt mittlerweile bei 763 Metallum, ich glaube, der ist mittlerweile Rekordhalter, sehe nichts, was noch mehr hat, 639 Auto, 630 Instrumentum, 694, äh, Fabrico, ich habe mir angewöhnt, ähm, mir einigermaßen zu merken, wo bekomme ich was, das heißt, äh, ich habe zwar, ich habe zwar auch die anderen Aspekte, aber macht ja am meisten Sinn, die zu verwenden, die, wo man am häufigsten hat, also, äh, äh, Arbor, mit 408, und, äh, okay, Herbar habe ich jetzt nur 272, wird aber auch noch mehr, wenn man irgendwann die ganzen Felder und so weiter hat, und das ganze Essen scannt, und, 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 habe ich noch nicht gemacht, äh, Fabrico, Instrumentum, das sind sozusagen die zwei, ähm, und ich brauche mal schnell mein Scripting Tool, ich brauche mein, wenn wir nämlich können, und ich nehme mir mal ein paar Seiten mit, denn wir müssen, äh, ein paar Sachen noch lernen, die Research Expertise, und ich will eigentlich auch, äh, das Advanced Node Tabbing machen, ähm, gehen wir mal als erstes hier durch, so, wir haben ja gelernt, also, ne, wir haben ja hier die Aspekte, ich sehe es momentan noch nicht, darum, sollten wir uns das angucken, haben wir aber das Buch dafür, ja, also, das heißt, äh, Cognito ist Ignis und Spiritus, überall, wo Ignis mit drin ist, ja, kommt man an, an die jeweiligen Sachen hin, äh, je öfter, dass man das macht, umso einfacher wird's, mit Ordo, ne, zum Beispiel Motos, R und Ordo, da hat man schon mal R, da kommt man vom einen Hauptaspekt auf den anderen, äh, Terra ist, äh, Metallum, auf Vitreus, Vitreus ist, soweit ich weiß, auch ziemlich nah dran, genau, da hat man nämlich auch Ordo, äh, also, das heißt, wenn man Metallum hat, hat man Terra, Vitreus, äh, dann geht man halt den Weg, so, und das heißt, also, Cognito, hm, den kann ich mir noch nicht ganz merken, Cognito, das ist der da, ist Ignis und Spiritus, Ignis, Präsentatio, Perdizio, ja, Ignis, ja, dann hätte ich gesagt, das schaut auch gut aus, ja, das müsste jetzt dann sozusagen, der hier sein, der hier sein, dann haben wir gelernt, Lux, verbindet die zwei, dann haben wir Ordo und Sensus, müsste es sein, Sensus ist er und Spiritus, muss ich mal gucken, ob ich von R, R, R und Motus, gibt Volatus, äh, Vakus, hm, hm, Partition, Motus, R, 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 ja, ja, Motus, genau, dann haben wir schon mal die jetzt miteinander verbunden, so und jetzt haben wir noch Lux und Feuer, dann schauen wir mal schnell, haben wir irgendwas, wo er und Feuer mit drin ist, ja, da haben wir dann nochmal Lux, und schon haben wir fertig, so, was habe ich jetzt eigentlich genau, Research Expertise, Knowledge is Power, äh, you have become more efficient at performing research, whenever you remove an aspect, then you place in a hex, this is a 25 chance, that you will regain the research point, genau, das ist nämlich das Wichtige, also naja, das heißt, ich habe jetzt mich da verklickt, ich muss das leider wegklicken, habe ich jetzt schon eine 25%ige Chance, dass ich ihn wieder bekomme. Mit einem Research Mastery, ähm, ist es, äh, ähnlich, so, Advanced Node Tapping, das ist jetzt, den nehmen, wo wir jetzt als nächstes machen, Perdizio, Perdizio ist Ordo, Modus ist Ordo, Rezent, ah, genau, und, das da ist auch wichtig, und jetzt sieht man diese Punkte, ne, und das ist, wo habe ich es, wo habe ich es, wo habe ich es, da ist er, Potenzia, Potenzia ist auch, Ordo, und Aurum, das ist da, Rezentatio oder Luft, so, und jetzt schauen wir schnell nochmal durch, das geht jetzt dann nämlich viel einfacher, genau, gehen wir auf, ah, doppelt geklickt, verdammt, und dann haben wir hier auch, Ordo, und dann nehmen wir hier auch, Ordo, und dann machen wir, Instrumentum, und hier Instrumentum, fertig, so, dann schauen wir auch gleich wieder ins Büchlein, äh, 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 process of drawing this from a node with a wand is quite slow, but not anymore, you have discovered a more efficient way of tapping into our nodes, resulting in a doubling of the width, a draw rate, okay, also das heißt, ich ziehe jetzt sozusagen schneller, ähm, die Power auf, äh, aus einer Node raus, Mastery, Node Tab, die machen wir auch gleich mit, dann, was haben wir jetzt dann hier, Mastery, Node Tab, Research, Mastery, genau, also, das ist wieder Lux, da haben wir eher, gibt's da nicht noch einen besseren Weg mit R, Zensus, was habe ich immer, mit Zensus, einen Kristall im Kopf, entweder war ich einen Schuss habe, oder es mir irgendwo im Hinterkopf, ähm, gemerkt habe, nee, das ist Tara, also der hier, äh, wo bist du, wo bist du, da oben, Tara ist es, gibt's irgendwo wohl Luft, und, ja, aber wir können auf Herber gehen, aber hat dann, äh, Tara, so, und die Eule, ist auch Luft, ähm, macht auch Abo, dann haben wir schon mal die miteinander verbunden, und der Kristall, das Tara, so, dann sind die miteinander verbunden, gut, dann haben wir jetzt wieder mein, mein Cognito, da ist Feuer drin, Feuer, Lux, dann haben wir den, und der ist einfach, sagt er einfach so, ist Ordo, ist, genau, Ordo ist, Tara ist, äh, Kristall, fertig, Research Mastery, und das war eine, also eine, forbidden knowledge, äh, mostly harmless, äh, ich glaub, das ist dann ein Punkt, wenn's harmlos ist, es kann man mehr sein, äh, von diesen, ähm, Warp, und Warp kann halt irgendwann böse werden, so, you have become more efficient, at performing research, an aspect, dann hab ich jetzt, also, sozusagen, wenn ich jetzt den Respekt wegklicke, dann hab ich eine 50-prozentige Chance, äh, dass ich ihn wieder bekomme, und, ich hab eine 10-prozentige Chance, äh, dass ich den Research Point, äh, gar nicht ausgeben muss, das kommt auch noch dazu, genau, und wenn ich jetzt Shift-Rechts-Klick mach, dann kann ich jetzt sogar, sozusagen, den jetzt dann auch herstellen, ne, ups, gesehen, einen hergestellt, den hat er weggenommen, den hat er weggenommen, das ist halt jetzt auch möglich, so, ähm, der ist jetzt aber für mich nicht so ganz wichtig, sondern der da ist jetzt nicht wirklich wichtig, äh, Partizio, da gehen wir auf, Power, und, Ordo, ähm, Wasser, 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 da gehen wir auf, live, Terra, das war jetzt der falsche, dann brauche ich nämlich noch den Kristall, da kommt da der Ordo hin, da kommt der hin, da haben wir den, da haben wir den, dann haben wir Cognito mal wieder, das merke ich mir auch irgendwann einen gescheiten Weg, da haben wir, was haben wir denn von Geist, von Geist haben wir, Leben, ähm, Dunkelheit, 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 ähm, Moment, Dunkelheit, ähm, ist der da, und das Hirn ist, der Geist, war das jetzt Feuer? Nee, Achso, nee, Gelum ist auch Feuer, ne, genau, dann haben wir den auch, so, und jetzt brauche ich noch Tara und, ähm, Feuer, der ist einfach, das müsste der das sein, der ist auch einfach, dann haben wir hier Ordo, dann haben wir hier den da, und dasselbe machen wir jetzt auch hier drüben, dann haben wir hier Ordo und Instrumentum, und wir haben unseren Rausstand, der ist sehr wichtig, so, ähm, dann müssen wir natürlich noch die restlichen, äh, Sachen noch uns geben, und zwar, ähm, Sulfur, naja, wobei, ich hab beides genügend, ach komm, wir geben uns in Sulfur, ähm, da, claimen wir auch das, was haben wir hier Schönes, dann nehmen wir natürlich die Leiter, einfach nerviger ist zu machen, haben wir auch fertig, was haben wir im LV, Gott, wir gehen mal nach hinten, das brauchen wir nicht unbedingt hier machen, das heißt, die Seite, äh, tu mal rein, dann das Gripping Tool, lass mal da, ich lass mal auch momentan da, ich kann auch mal gucken, vielleicht kriegt ich nämlich den Brewing Stand hin, dann können wir nämlich endlich, äh, auch vernünftig, ähm, das, äh, Lubrikant herstellen, so, dann haben wir noch einen Hammer, dann haben wir das, dann haben wir das, so, ich hab ein Schwert, halt, ist jetzt hier drin, auch alles gut, kommst du da hin, so, Bonemeal, find ich nicht, ach, da hinten, ja, muss aber auch noch irgendwann eingelagert werden, Hallöchen, ja, so, das Schwert kann ich hier reinschmeißen, das ist hinten, wir machen weiter, also, dann haben wir das, Alu, dann haben wir Mika, das ist ja einfach nur, äh, abholen, dann haben wir Quazit, da brauche ich das, die Blaze Rods, die sind jetzt die, das ist jetzt genau das, was wir jetzt gebraucht haben, dann klären wir das, dann brauche ich nämlich nicht in den Nähter rennen und erst mal Blaze suchen, und wie gesagt, Blaze ist, äh, die ich sowieso erst jagen, wenn ich dann meinen Rucksack auf Feuerfest hab, weil dann ist mir das auch scheißegal, dass die Viecher mich treffen, so, und dann gehen wir nochmal hinter, den Hammer, ich, und der zieht um, noch mehr Futter, noch mehr Futter, können wir uns ein Bier reinpfeifen, ein schönes Break first, ein Wein reinpfeifen, okay, die sind einfach nur zum, zum Abgeben, wo kommst du dahin, so, ein Blaze Rods habe ich noch nicht als Drawer, und da macht es meiner Meinung nach auch am meisten Sinn, dass man dafür ein Zweier nimmt, so, dann schmeiße ich dich gleich mal hier rein, unten kommt das Große hin, und oben kommt dann das Powder hinten, so, dann brauche ich das, dann brauche ich als nächstes den Brewing Stand, habe ich den schon für mich da drin, nein, habe ich ihn nicht drin, dann brauche ich jetzt den Brewing Stand hier, Long Blaze Rod, zwei Stück, oh oh, braucht doch, verdammt, braucht doch Blazes, komm ich noch anders an Blaze Rods ran, außer überbieten, und kleine Sachen zusammensägen, das ist mir auch klar, leider nein, das heißt, ich brauche nochmal zwei, das heißt, wir müssen in den Netter, und mit den netten Herren sprechen, da habe ich total Lust drauf, das heißt, das wird erstmal, Brewing Stand wird erst nochmal ein bisschen verschoben, ich habe auch noch keine Netterfestung gefunden, bin aber auch noch nicht extrem im Netter rumgeflogen, weil, ne, man will nicht alles riskieren, weil, wenn man Panik irgendwann schiebt, das ist total schlimm, das glaubt man gar nicht, aber ist so, weil, ich habe das nämlich gemerkt, bin nämlich nochmal gestorben, im Netter, äh, und warum, es ist ein Vieh auf mich zugekommen, und ich drücke G, schieße das ab, und dann kommt noch eins, und was mache ich wieder, ich drück wieder G, ja, der war leider schneller, vor allem bei genau dem, mit dem ersten, der erste Schlag hat dann mir sozusagen, die Rüstung weggeknallt, und der zweite hat mir den Rest gegeben, bis halt, bin halt wieder hingelaufen, war überhaupt kein Problem, Viecher waren auch alle weg, die haben sich gedacht, naja, gestorben ist er, das war es uns wert, danke fürs Gespräch, und tschüss, so, dann, äh, schauen wir mal, hab ich, hab ich schon gescannt, hab ich, oh, aber dich hab ich noch nicht gescannt, machen wir mal, da kommst du hier rein, die Zellen hab ich hier auch, dann haben wir jetzt nämlich das alles, genau, und dann werde ich noch ein wenig was vorbereiten, für die nächste Folge, ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit ab in die Kommentare, und wir hören uns dann, ist nächstes Mal bis dahin, tschau, und dann andere, weray . Musik 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 Bis zum nächsten Mal.